Das ist Maja. Ich habe zwei Anfragen von Frauen, die ihre Männer als schön, aber bratzig einstufen. Du musst deinen Sperma spenden gegen all diese Spastis. Und das bin ich. Erst Lana und jetzt auch noch Nana. Du bist total aggressiv. Ich bin nicht aggressiv. IQ von 130. Ich weiß, als Frau hat man heutzutage nur Nachteile. Normalerweise will ich mich so wegbürsten. Was glaubst du denn eigentlich, wer du bist? Gott? Oder Hitler? Ich finde es überhaupt nicht witzig, Maja. Mir geht es richtig gut, echt. Ich bin nur am Ficken. Ich schwöre es dir. Eine nach der anderen. Jeder will meinen Eifershake. Allen geht es gut.